Ganz frisch aus der Druckerei. Ich habe selbst erst jetzt gerade bekommen und ich kann auch gar nicht glauben, dass es fertig ist, aber hier ist es. Worum geht es? Es geht um die Kunst in Österreich von der Venus von Willendorf bis Maria Lassnig. Was das jetzt alles beinhaltet, kann ich Ihnen natürlich in einer Minute oder eineinhalb Minuten Video nicht erzählen, aber ich versuche es Ihnen auf 500 Seiten zu erzählen und das mit dem Erzählen, das meine ich wirklich ernst. Das heißt, ich liste nicht einfach ein Werk nach dem anderen auf oder einen Künstler, eine Künstlerin nach der anderen, sondern ich erzähle eine Geschichte bzw. ich erzähle ganz viele Geschichten. Da kommen natürlich die wichtigsten Highlights vor, von der keltischen Schnabelkanne über den Stephansdom bis zum Wiener Aktionismus, um nur drei solche Schwerpunkte zu nennen. Aber ich wünsche mir auch, ich möchte sie auch verführen, Unbekannteres und vielleicht auch manchmal Überraschendes zu entdecken. Zum Beispiel einen Katzenmäusekrieg, einen ganz rätselhaften in einer mittelalterlichen Kirche in der Steiermark. Oder ganz was anderes, zu entdecken vielleicht, wie lustig die feministische Avantgarde der 1970er Jahre sein kann. Ich hoffe, Sie sind neugierig geworden. gilt die漫父, an dieseime G иск, und die Zahnwege, die Zahnwege zu steuern willig die Nacht meine Gucht und die Zahnwege, die Zahnwege und die Zahnwege, die Künstler